Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Ja, in der letzten Runde haben wir auf den Sack gekriegt, weil irgendwie habe ich scheiße gespielt oder sein Deck war besser, meine Karten scheiße kombiniert, irgendwie sowas, keine Ahnung. Der hat halt die ganze Zeit mehr Viecher auf dem Feld gehabt als ich und das war halt scheiße. Und ich weiß nicht, ich hätte auch eh Effekte mehr reinbringen sollen oder so. Jedenfalls versuchen wir jetzt wieder unser Glück. Wir haben einen Sieg bis jetzt. Ist jetzt nicht gerade die Welt. Eine Niederlage ist auch nicht so schlimm bis jetzt. Mal schauen, nächste Runde. Ja, ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich weiß, die meisten Karten kenne ich ja aus dem Deck vom Parler, weil ich die selber schon bis irgendwas mit 20 hochgezockt habe. Ich glaube 25, 26 ist mein Parler jetzt. Aber ich habe nicht daran gedacht, der Amiral ist nicht wiedergestellt. So, Morten Giant, du kannst später wiederkommen. So, der Rest ist okay. Sorry. So, nichts gerufen. Alles klar. Die behalten wir jetzt erstmal. Drei Damage ist schon mal super. Dich rufen wir als nächstes. Reporting for duty. Ora. Ora, ora, ora. Rufen. Dich. Ah, krass. Dann kannst du den. Zug bänden. Ja. Nächste Runde rufen wir den. Danach rufen wir den. Und danach machen wir keine Ahnung was. Je nachdem, was für Karten wir noch ziehen. Bis jetzt ist das schon mal vollkommen okay. Das coole ist, der kann nicht von Spells attackiert werden. Das heißt, selbst wenn er diese AOE-Attacke macht, die allen zwei Damage macht, also wirklich allen auch meinem Champion, bleibt der davon nicht beeinflusst, äh, unbetroffen, oder wie man sagt, unbeeinflusst. So, ja. Ready for action. Ready for action. Not on my way. Oh, die Weinschild. Nett. Was wir da machen, wissen wir ja. Zeig. Oh, die Weinschild. Nicht vier. Vier ist ja Angst. Haben. Fürchten. Fürchten. So, fürchten. Angst haben. Dann machen wir das so. Den rufen wir nächste Runde. Und dann den, die beiden kann ich kombinieren in der fünfer Runde. Es sei denn natürlich, zieh was besseres. Aber, das sehen wir dann. Der bleibt davon unbeeinflusst, habe ich gedacht. LOL. What the fuck? Can't be target by Spells oder Hero Powers. What the fuck? Ist das ein Fehler im Game, oder? Das zählt doch als Spell, soweit ich. Oder ist das kein. Okay, da steht nicht Spell. Hm. Was ist denn das für ein Scheiß? Ach ja. Das ist doch. Das ist der Schuss. Für den König. Für den König. Also war das schon mal kein Spell. Gut, muss ich mir merken. Ja, das ist okay. Damit komme ich klar. Wollen sie etwas abbauen? Wir müssen die Sonnwälde cleansen. Das ist okay. Das ist okay. Ähm. Wir machen... Machen wir das? Machen wir das nicht? Ja. Oder? Ja. So. So. Das ist okay. Ah, das nervt mich jetzt, ey, dass das wirklich mein Fairy-Dingens da weggeplatscht hat. Für die Crusade! Ach, die Weitschild, ernsthaft? Ach, nö. Nö, nö. Nö. So. Job's done. Ja. Ah. Hm. Nächste Runde haben wir sieben. Ah. Let me think. Let me stink. Ach, nervig, ey. Das war alles kaputt. Gut. Jetzt kostet er nur noch 9. Jetzt kostet er nur noch 8. Das ist doch fein. Super, Mastrad. Äh, das kostet 1. Das passt. Wir spielen den. Zack. Das ist dann. NP, NP. Kein Ding. Nächste Runde machen wir diesen Demolisher platt. Rufen unser Heiler, Fee, plus den Feuerball. Wenn das so klappt, wie ich das vorhabe. Lass mich denken. Also, wir setzen die ein, um uns zu heilen, den und den zu heilen und den und den zu heilen. Ne, wir killen mit den, den. So. Ja, ja, ja. Das Problem ist, wenn ich die einsetze, wird er wieder um 4 teurer. Egal. Egal. Okay. Das ist okay. Ähm. Wir machen das. Jetzt kostet er wieder 12. Ist NP. Als nächstes rufen wir dann den Champion. Ach, ja. Hm. Hier gibt anderen 1.1 dazu. Licht aus. Plüpp. Okay, da kann man nichts klicken. Hm. Die Zeige hat sich bewegt. Die Zeige hat sich bewegt. Weil man sieht auch keine roten Dingens, also roten Umrandungen oder so. Über den Karten. Enemy. Your enemy's hand contains 4 Karten. Echt? Tja. Hast du den Zug nicht genutzt, mein Freund. Ähm. Das ist das coole, wenn jemand AFK ist, dass es direkt so weiter geht. Tja. Tja. Delay 8 damage randomly speert among enemy Characters. Holy, 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 holy. Wow, holy shit, alter. Holy moly. Holy moly. For the Alliance. For the Alliance. Du hast verloren, ich hab gewonnen. Well played. Well played. Also die eine Karte, die war schon echt nice. Wo ist die? Da. Avenging. Die 8 damage randomly split among enemy Characters. Ah, das war Crank. Yay, er hat aufgegeben. Wut, wut. Fat Naked. Sieg für uns. Und 60 Gold dazu. Aber nice, Junge. Ja. Ähm. Oh, noch drei Fünfer-Viecher rufen, dann haben wir die nächste Quest auch fertig. Hihi, geil. Äh. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Viel Spaß noch. Ciao. Bis dahin.